Der Landkreis Bautzen in Ostsachsen ist der flächenmäßig größte Landkreis des Freistaates mit Bautzen, Bischofswerder, Kamenz, Hoyerswerder und Radeberg als großen Kreisstätten. Er grinst im Norden an Brandenburg, im Osten an den Landkreis Görlitz, im Süden an Tschechien sowie den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die westlichen Nachbarn sind die Landeshauptstadt Dresden und der Landkreis Meißen. Der Kreis ist Mitglied der Euroregion Neiße. Geografie Der Kreis erstreckt sich von der brandenburgischen Grenze über die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und das Lausitzer Bergland um Wilten und Kuhnewalde bis zur tschechischen Grenze bei Soland an der Spree. Die höchste Erhebung ist der Waltenberg bei Neukirch-Lausitz. Die größte Nord-Süd-Ausdehnung des Kreises beträgt ca. 63 km und die größte Ost-West-Ausdehnung ca. 65 km. Der größte Fluss im Kreisgebiet ist die Spree, die durch Bautzen fließt. Kleinere Flüsse sind der Spree, ihrem kleine Spree, das Schwarzwasser, das Löbauer Wasser, die Schwarze Elster, die Große Röder und die Wesenitz. An der Bischofswerda liegt Das flächenmäßig größte Gewässer ist der Speicher See Losar 2 bei Losar. Im Zentrum des Landkreises gibt es zahlreiche Teiche und Seen, die zu Zwecken der Fischerei angelegt wurden. Das 2390 km² große Kreisgebiet ist im Norden vorwiegend mit Kiefernwald bedeckt. Der mittlere Teil ist intensiv bewirtschaftet, während im Lausitzer Bergland Fichten oder Mischwald überwiegt. Der Flächenschwerpunkt des Landkreises befindet sich in Neudörfel. Siehe auch Liste der Landschaften in Sachsen Kategorie Gewässer im Landkreis Bautzen Naturräume in Sachsen Verkehr Straße durch den Landkreis verlaufen die Bundesstraßen 6, 96, 97, 98 und 156. Außerdem verläuft die Autobahn 4 auf 65,2 2 km Länge über das Gebiet des Landkreises. In diesem befinden sich zehn Anschlussstellen, nämlich Hermsdorf, Ottendorf, Ockriller, Pulsnitz, Ohorn, Burkau, Uhüst am Taucher, Salzen, Forst, Bautzen, West, Bautzen, Ost und Weißenberg. Luftverkehrsflugplätze befindet sich in Litten östlich von Bautzen und bei Kamenz. Sonderflugplätze in Klix, Pnaht, bei Heuer-Swerda und Brauner Bahn. Eisenbahnverbindungen bestehen von Dresden nach Görlitz über Radeberg, Bischofswerda und Bautzen. Davon abzweigend die Strecken Bischofswerda-Zittau, Dresden-Königsbrück und Arnsdorf-Karmenz. Im Norden quert die Bahnstrecke Wecklinieck-Falkenberg-Elster über Heuer-Swerda das Kreisgebiet. Im Personenverkehr fahren auf diesen Strecken lediglich Regionalzüge der DB-Regio, Städte Bahn Sachsen und Odeck, sowie auf der Strecke nach Heuer-Swerda Züge der S-Bahn Mitteldeutschland. Fernverkehrszüge verkehren auf diesen Strecken nicht mehr. ÖPNV Das weitere Kreisgebiet ist durch Regionalbuslinien erschlossen. Durch die Kreisgebietsreform liegt der Landkreis in zwei Verkehrsverbünden. Der Altlandkreis Karmenz und Heuer-Swerda liegen im Verkehrsverbund Oberelbe. Der Altlandkreis Bautzen liegt im Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien. Geschichte Seine heutige Gestalt erhielt der Landkreis am 1. August 2008, als die Landkreise Bautzen und Karmenz sowie die seit 1996 kreisfreie Stadt Heuer-Swerda im Rahmen der Kreisreform Sachsen 2008 zusammengelegt wurden. Am 25. Mai 2009 erhielt der Landkreis den von der Bundesregierung verliehenen Titel Ort der Vielfalt, siehe auch Oberlausitz-Einwohnerentwicklung Seit der Wiedervereinigung ist auf dem Gebiet des heutigen Landkreis Bautzen ein stetiger Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Jeweils Gebietstand des Landkreis Bautzen zum 1. Januar 2014. Politik Landrat Bei der Landratswahl am 7. Juni 2015 setzte sich Michael Harich mit 72,4% der Stimmen gegen Jens Bitzka durch. Harich ist seit 2001 Landrat des Landkreises Bautzen. Kreistag Der Kreistag des Landkreises Bautzen wurde zuletzt am 25. Mai 2014 gewählt. Die 98 Sitze im Kreistag verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Parteien. Im Kreistag wurden folgende Fraktionen gebildet. CDU, Die Linke, SPD, Grüne, FW, NPD, FDP, das Kreistagsmitglied der AfD ist fraktionslos. Kreispartnerschaften Deutschland Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg Seit 1990 Städte und Gemeinden Nachfolgend werden alle selbstständigen politischen Einheiten des Landkreises genannt. Alle Siedlungen finden sich in der Liste der Orte im Landkreis Bautzen. Die Einwohnerzahlen sind vom 31. Dezember 2014. Kursiv geschriebene sorbische Gemeinden Armen haben keinen offiziellen Status. Kfz-Kennzeichen Am 1. August 2008 wurde dem Landkreis das seit dem 1. Januar 1991 für den damaligen Landkreis Bautzen gültige Unterscheidungszeichen BZ zugewiesen. Seit dem 9. November 2012 sind zudem die Unterscheidungszeichen BIW, HY und Kilometer erhältlich.